Oh nein, ich hatte gerade meinen Freund aus Kindertagen, Kevin, mit Kaffee überschüttet. Aber ich bin jetzt Liana, also hatte er mich nicht erkannt. Denn er kannte mich nur als Kai. Seid ihr verwirrt? Dann solltet ihr euch zuerst Teil 1 und 2 ansehen. Ich entschuldigte mich verzweifelt bei Kevin, während ich mich nach Servietten umsah, um den Kaffee abzuwischen. Ist schon in Ordnung, sagte er und lächelte. Ich lächelte zurück. Ja, er war derselbe. Freundliche, süße Kevin. Plötzlich hörte ich Diamonds Stimme neben mir. Liana, was hast du getan? Dann erschien sie neben Kevin und berührte sanft seinen Arm. Ich entschuldige mich für sie. Sie ist neu. Es ist wirklich okay. Es war sowieso meine Schuld. Ich habe nicht darauf geachtet, wo ich hingehe. Das ist typisch für dich, dass du immer die Schuld auf dich nimmst. Sie schaute ihn mit großen Augen an. Oh, ihr kennt euch also schon, fragte ich laut. Ja, Kevin und ich waren zusammen auf dem College in Oz. Ich habe ihn unserem Vater für dieses Projekt vorgestellt, weil ich glaube, dass er eine Bereicherung für das Projekt sein wird. Und jetzt geh und mach uns frischen Kaffee. Diamond warf mir einen bösen Blick zu. Also ging ich los, um Kaffee zu kochen. Schon wieder. Ich wunderte mich über Diamond. Mochte sie Kevin? Oh nein. Dieses manipulative Mädchen hatte so einen süßen Kevin ihn nicht verdient. Später an diesem Tag hatten wir ein Treffen, bei dem mein Vater Kevin als den Leiter des Projekts vorstellte. Kevin bedankte sich dann bei ihm und begann über seine Vision für dieses Projekt zu sprechen. Und es war so offensichtlich, dass alle Mädchen im Raum ihre Augen nicht von ihm lassen konnten. Einschließlich Diamond. Am nächsten Tag nach der Arbeit folgte ich Kevin auf den Parkplatz und rief seinen Namen. Als er sich umdrehte und mich sah, lächelte er und mir wurde sofort warm ums Herz. Ich habe etwas für dich. Als Entschuldigung dafür, dass ich dein letztes ruiniert habe, sagte ich und reichte ihm ein neues Hemd. Ähm, ich hoffe, ich habe deine Größe richtig geraten. Danke, das wäre wirklich nicht nötig gewesen, meinte er geschmeichelt, als er es mir abnahm. Ja, du hast die Größe genau richtig. Beeindruckend. Seine Bemerkung brachte mich zum Schmunzeln. Da ich jahrelang als Junge gelebt hatte, hatte ich den Vorteil, dass ich ihre Größen verstand. Ich winkte ihm zum Abschied und wollte schon gehen. Da rief er mir zu. Warte, könnte ich vielleicht deine Nummer haben? Na klar, da wurde ich schon ganz rot. Danach schickten wir uns ständig Nachrichten. Und jedes Mal, wenn sein Name auf meinem Handy aufleuchtete, musste ich lächeln wie eine Verrückte. Leider konnte ich nicht ewig in meiner Liebesblase mit Kevin bleiben. Stattdessen musste ich meine Tage damit verbringen, von Diamond herumkommandiert zu werden. Einmal befahl sie mir, einen Bericht zu überarbeiten, den ich bereits zweimal überarbeitet hatte. Plötzlich kam Kevin herüber, hob den Bericht auf und sagte, Oh, der ist bereits sehr gut, Liana. Da brauchst du nichts zu ändern. Diamond sah wütend aus, weil sie untergraben wurde. Und ich konnte meinen selbstgefälligen Blick nicht verbergen. Ha, nimm das, kleine Fräulein Bossi. Nachdem sie gegangen war, bedankte ich mich bei ihm für seine Hilfe. Ist schon in Ordnung. Hey, beachte Diamond einfach gar nicht. Sie ist nur darauf aus, ihren Vater zu beeindrucken. Wenn sie dir noch mehr Probleme macht, komm einfach zu mir, okay? Ach, was war er doch für ein netter Kerl. Aber eines Nachmittags ging ich in die Büroküche, um mir etwas zu trinken zu machen. Und sah Diamond und Kevin, die sich ernsthaft unterhielten. Als sie mich sah, sagte Diamond zu ihm, Es tut mir leid, Kevin. Du musst die Wahrheit erfahren. Und dann warf sie mir einen hochnäsigen Blick zu, als sie an mir vorbeiging. Hm, ich frage mich, worum es da ging. Ich wollte ihn fragen. Aber bevor ich das tun konnte, ging er einfach weg, ohne auch nur einen Blick in meine Richtung zu werfen. Okay, das war seltsam. Aber vielleicht war er einfach nur beschäftigt, oder? An diesem Abend schickte ich Kevin eine Nachricht und fragte ihn, ob er mit mir im Park joggen gehen wollte. Er stimmte zu, aber als er auftauchte, konnte er mir kaum in die Augen sehen. Kevin, was ist los? Ein Moment lang schwieg er. Dann schrie er, Warum? Warum hast du mich angelogen? Diamond hat mir erzählt, dass du mit Kai verlobt bist. Warum hast du mich verführt? Ähm, ich, stotterte ich, aber er schimpfte nur weiter und ging weg. Ich stand sprachlos da und fragte mich, wie ich aus diesem Schlamassel wieder herauskommen sollte. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, klingelte auf dem Heimweg noch mein Handy. Es war eine Nachricht von Diamond. Verlasse bis morgen das Haus und die Firma. Sonst sage ich Kai die Wahrheit. Ach, natürlich ignorierte ich ihre blöde Nachricht einfach. Und wie sie versprochen hatte, klingelte am nächsten Tag Kais Handy. Es war Diamond, die mir alles darüber erzählte, wie Liana mich betrügt. Ach, es war glasklar, dass sie das nicht auf sich beruhen lassen würde. Einige Tage später lud mich mein Vater ein, mit ihm Abend zu essen, damit er mich besser kennenlernen konnte, bevor ich seinen Sohn heiratete. Das fand ich sehr nett von ihm, also sagte ich zu. Außerdem war dies eine gute Gelegenheit, um herauszufinden, ob er schon bereit für die Wahrheit war. Wir unterhielten uns ein wenig bei der Vorspeise, dann legte Papa plötzlich die Gabel weg und fragte mich, wie geht es Kai? Es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber wir haben uns im Laufe der Jahre voneinander entfernt. Und das war alles meine Schuld. Ich weiß, ich war nicht immer der beste Vater. Er brach ab. Kai, geht es gut, antwortete ich. Hm, ich schätze, es hieß jetzt oder nie, zu sagen, was ich sagen wollte. Ähm, eigentlich ist er sehr glücklich in Kanada. Und, ähm, naja, er hat diese großen Träume, Architekt zu werden. Oh, das wusste ich nicht. Er senkte den Kopf. Ich dachte nur, er würde das Unternehmen eines Tages erben wollen. Er ist nicht mit dem Herzen bei der Sache. Er hat solche Angst, es ihm zu sagen. Weil er sie nicht enttäuschen will. Und ich befürchtete schon, er würde mich anschreien. Aber er tat es nicht. Sondern seufzte nachdenklich und antwortete dann. Nun gut. Ich respektiere Kais Entscheidung. Und werde ihn unterstützen. Egal welchen Weg er wählt. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ich war so überwältigt, dass ich mich von meinem Platz erhob, um ihn zu umarmen. Und ich sagte ihm, dass ich seine Worte an Kai weitergeben würde. Jetzt wusste ich endlich, wie sehr Papa Kai liebte. Das heißt, er liebte mich auch, oder? Ich musste nur einen guten Zeitpunkt finden, um ihm die Wahrheit zu sagen. Am nächsten Tag auf dem Heimweg von der Arbeit erhielt ich einen verzweifelten Anruf von meiner Mutter. Er stellte sich heraus, dass Diamond allen in der Familie erzählt hatte, dass ich Kai betrogen hatte. Während ich überlegte, was ich als nächstes tun sollte, meldete sich Papa auf meinem Liana-Handy und verlangte, dass ich sofort nach Hause komme. Auf dem Heimweg dachte ich darüber nach, was ich ihm sagen würde. Meine Güte, das war wirklich beängstigend. Wenn es schief ging, könnten Mama und ich enteignet werden. Ich klopfte an sein Arbeitszimmer und er sagte in ernstem Ton, komm herein. Und als er mich sah, fuhr er fort. Liana, Diamond scheint fest davon überzeugt zu sein, dass du hinter dem Rücken meines Sohnes etwas mit Kevin hast. Bitte erklär mir, was es damit auf sich hat. Ich holte tief Luft, dann platzte ich heraus. Die Sache ist die, dass ich Kai nicht betrüge, weil, naja, ich, ich bin Kai. Dann fuhr ich in Kais Stimme fort, während ich langsam meine Perücke abnahm. Ich war eigentlich nie ein Junge. Ich bin ein Mädchen, aber Mama wollte nicht, dass Diamond mein Erbe bekommt. Also hat sie mich dazu gebracht, so zu tun, als wäre ich ein Junge. Er war so schockiert, dass er sich in seinem Stuhl zurücklehnte und fast nach hinten kippte. Ich erklärte ihm, warum Mama und ich das getan hatten. Es war eine solche Erleichterung, dass mir diese Last endlich von den Schultern fiel. Ich wusste, dass Papa Zeit brauchte, um diese Lawine von Informationen zu verdauen. Also setzte ich meine Perücke wieder auf und ging zur Mama. Sie lief in ihrem Schlafzimmer auf und ab und war besorgt. Ich habe dir doch gesagt, dass du in der Nähe von Diamond besonders vorsichtig sein sollst. Wie sollen wir denn jetzt diesen Plan ausführen? Keine Sorge, Mama. Ich habe einen Weg gefunden, dieses Chaos zu beseitigen, tröstete ich sie. Lies sie aber nicht wissen, dass ich Papa die Wahrheit gesagt hatte. Denn das hätte sie nur noch mehr beunruhigt. In den nächsten Tagen verhielt sich Papa immer noch normal, als wäre nichts passiert. Und als ich zum Abendessen ins Esszimmer kam, sah ich, wie Diamonds Gesicht sich verzog. Sie dachte eindeutig, dass Papa mich inzwischen rausgeschmissen hätte. Sie schlug mit der Faust auf den Tisch und brüllte Papa an. Warum ist sie noch hier? Er ignorierte sie und bat Opa, ihm die Soße zu reichen. Das machte Diamond nur noch wütender und sie zeigte auf mich und schrie, sie hat Kai betrogen. Schmeißt sie aus dem Haus. Also legte ich mein Besteck weg, stand ruhig auf und sagte mit selbstbewusster Stimme, eigentlich bin ich Kai. Ha! Das war es wert, allein schon wegen der Reaktion der anderen. Meine Mutter wurde blass. Diamond war sprachlos und meine Großeltern klammerten sich schockiert an den Tisch. Nachdem ich ihnen alles genauer erklärt hatte, war Diamond die Erste, die antwortete, Du und deine Mutter habt also alle belogen. Das ist inakzeptabel. Raus aus diesem Haus! Meine arme Mutter sah so beschämt aus. Sie konnte Papa nicht in die Augen sehen. Als sie etwas murmelte, gib nicht Liana die Schuld. Sie war noch ein Kind. Es ist meine Schuld. Dann zog sie mich am Arm und flüsterte mir zu, dass wir gehen sollten. Diamond grinste, diese Lügner, das habt ihr verdient. Nein, würdest du bitte still sein? Sonst bist du die, die gehen muss, sagte Papa und warf Diamond einen strengen Blick zu. Das schockierte sie und sie setzte sich schweigend wieder hin. Ich habe im Laufe der Jahre viele Fehler gemacht und ich bereue sie sehr. Ich war egoistisch und unfreundlich. Er sah Mama an. Es schmerzt mich zu wissen, dass du das Gefühl hattest, ich hätte dir keine andere Wahl gelassen, als mich anzulügen. Ich liebe dich, aber ich weiß, dass es grausam war, wie ich dich behandelt habe. Ich habe mich so verzweifelt nach einem Kind gesehnt, dass ich Trost bei jemand anderem gesucht habe. Ich weiß, ich war nicht für dich und Kailiana da, als ihr mich gebraucht habt. Wenn du mich jetzt lässt, möchte ich das wieder gut machen. Diamond sprang so schnell auf die Beine, dass der ganze Tisch wackelte. Dann schrie sie, Das ist doch Unsinn! Dann stürmte sie davon. Das war wirklich ereignisreich. Aber schließlich kannten alle die Wahrheit, was bedeutete, dass Mama und ich nicht mehr lügen mussten. Und das Beste war, dass ich nie wieder so tun musste, als wäre ich Kai. Als ich in der folgenden Woche durchs Haus streifte, sah ich, dass Diamond in ihrem Zimmer packte. Ich trat ein und sie sagte, Ich bin gleich weg. Keine Sorge. Ich ziehe nach Miami. Ich kniete mich neben sie. Ich will nicht, dass du gehst. Wir sind doch Schwestern. Sie schaute mich mit großen Augen an. Aber ich war furchtbar zu dir. Du musst so viel durchgemacht haben, weil du gezwungen warst, als Junge zu leben. Ja, es war manchmal hart, aber es ist okay. Ich kann jetzt ich selbst sein, lächelte ich. Ich weiß, ich war gemein. Das tut mir leid. Ich weiß, dass meine Mutter will, dass ich das einfordere, was mir zusteht. Und ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich Kai nicht gewachsen war. Mach dir keine Sorgen. Wir haben alle schon Dinge getan, die wir bereuen. Außerdem ist Kai weg, also kannst du einfach du selbst sein. Du bist eine großartige Geschäftsfrau. Auch wenn du vielleicht ein bisschen weniger rechthaberisch sein solltest, glückste ich. Komm, Schwesterherz. Lass uns auspacken. Als wir fertig waren, umarmte ich sie und sagte, Oh, was Kevin angeht, ich denke, wir sollten fairerweise um sein Herz konkurrieren. Sie errötete. Oh nein, ist schon gut. Ich mochte ihn mal, aber er sieht mich nur als normale Freundin. Außerdem weiß doch jeder in der Firma, dass er auf dich steht. Jetzt, da wir die Dinge geklärt hatten, fühlte ich mich gut. Jetzt musste ich nur noch die Sache mit Kevin in Ordnung bringen. Und dafür hatte ich schon die perfekte Idee. Ich schickte ihm eine Nachricht, in der ich ihm sagte, er sollte mich im Wald in der Nähe seiner alten Schule treffen. Dann ging ich hin und wartete bei dem Baum, in dem wir einst eine Höhle gebaut hatten. Er kam zu mir herüber und sah mich verwirrt an. Liana, woher kennst du diesen Ort? Dann setzte er sich neben mich und ich sagte, als ich ein Kind war, kam ich mit meinem besten Freund hierher. Er war so ein lieber Junge. Er hat mich nie verurteilt oder an mir gezweifelt. Es hat mir immer wehgetan, dass ich mich nicht von ihm verabschieden konnte. Ich konnte sehen, wie die Rädchen in Kevins Kopf ratterten. Dann nahm ich meine Perücke ab, wischte mir das Make-up weg, reichte ihm die Hälfte eines Schokoriegels und sagte, Es hat lange gedauert, aber ich schulde dir das. Er starrte mich mit offenem Mund an. Du, also, du bist Kai? Und, Liana? Ich antwortete, ja, genau. Ich bin beide. Deshalb habe ich mich dir gegenüber immer vertraut gefühlt. Das ist unglaublich, fuhr er fort. Wow. Er starrte mich mit Tränen in den Augen an. Einfach nur wow. Das ist doch verrückt. Ich war so traurig, als du gegangen bist und jetzt bist du hier. Als er den ersten Schock überwunden hatte, erzählte ich ihm von meinem Leben und warum ich vorgeben musste, ein Junge zu sein. Danach umarmte er mich ganz fest und sagte, ich werde dich nicht noch einmal verlieren. Liana, ich liebe dich.